So, willkommen zurück zu League of Legends, ich bin demnächst ein abes Set und heute bei Avaros. Boah, ich hab grad Pistazien gegessen, hab mega lege Pistazien-Restat, schöne Zähne. Boah, kennt ihr das? Ist mega ätzend. Naja, ähm. Ja, ich bin im Game mit vier Abonnenten, einmal Elhüso, schöner Name by the way, mit Leona, Paulinho 2000 mit Lee Sin, GetoFresh mit Ari und Beblödet mit Akali. Was haben die geschrieben? Ich bin ein größter Fan, ich auch. Ähm, bei sowas bin ich immer nicht sicher, ob das Troll ist oder ob das echt ernst gemeint ist. Wenn's ernst gemeint ist, ist natürlich schön. Hm, aber wenn's ein Troll ist, ist es ein Troll. Wer am Ende die meisten Kills hat, ist der größte Fan. GG. Hm, ja, Avaros hab ich schon lange nicht mehr gespielt. Ähm, zuletzt, als ich den Skin hier geschenkt bekommen hab. Der ziemlich sneaky ist übrigens. Der ist schon echt ziemlich geil. Find Varos aber an sich eigentlich immer noch ziemlich stark. Wir spielen gegen Vayne, Nami, sollte eigentlich klar gehen. Gegner haben Lee Sin, wir haben Lee Sin. Lee Sin Epidemie hier, ey. Ne, der Mensch spielt Lee Sin. Na, mal gucken, wie's wird. Danach kommt ja Vayne, hab ich schon gesehen. Das heißt, es waren jetzt wirklich drei ADCs. Also, Urgott, Varos, Vayne. Wobei Urgott eigentlich nicht so der ADC ist eigentlich, aber... Oh, noes. Oh, noes. Der trifft mich ja hier ganz gut. Oh, noes. Ja, der Trade ging irgendwie trotzdem noch an uns, obwohl ich mich da zweimal doof bubblen lassen hab. Mit Varus gehe ich eigentlich immer auf dieselben Items. Blutdurster und LW kann man gut bauen, finde ich, mit Varus. Man kann aber auch Blutdurster Static bauen, ist eigentlich egal. Aber ich finde, Varus macht halt viel Schaden mit seinem Pearson Arrow. Und deswegen kann man auch gut so ein bisschen Full-AD bauen, wie Graves, so ähnlich. Aber man sollte Attack-Speed trotzdem nicht vernachlässigen. Ab Level 6 halt echt Varus OP. Super, super nice. Bis jetzt auch noch keinen Kill gefallen. Vayne hat 13 Farben, ich hab 21. Ist eigentlich ganz gut. Wenn es übrigens vorkommt, dass ihr zum Beispiel in einer Aufnahme manche Leute zweimal schon seht. Hier zum Beispiel Ghetto Fresh, der war glaube ich auch beim letzten Mal beim Urgold-Game dabei. Das hat nicht damit zu tun, dass ich immer dieselbe Einladung, sondern er ist einfach echt immer ziemlich schnell, wenn ich in meinem Chatraum nach Leute frage. Das ist immer einer der Ersten, die sagen, yo, ich mache mit, Peric, ich mache mit. Und deswegen, also die Ersten, die sagen, hallo, ich bin dabei, die lade ich auch ein. Ist egal, welche Elo ihr habt. Ist egal, auch welche Level ihr seid. Also, ihr könnt auch 28er mitmachen, könnt auch Level 10er mitmachen. Und? Komm, go. Ah, Leona, warum gehst du nicht rein? Ich kann jetzt nicht back. Ah, so close. Nami wird übrigens auch momentan wieder öfter gespielt. Spielen ja jetzt irgendwie alle mit Kogma zusammen. Guck mal, ich werde mal weggehen. Hopps. Zack. Weg bin ich. Nur drei Pots. Ich habe mir jetzt mal Boots noch geholt, weil... Man sollte mal versuchen, wenn man zurückgeht in die Base, so viel wie möglich aus seinem Gold rauszuholen. Also, wenn ihr wirklich, ich sehe auch oft, manche haben zum Beispiel, wenn sie weggehen, nur Gold für eine Pickaxe oder was, dann holt euch eine Pickaxe. Ist egal, Hauptsache, ihr habt Items. Weil, wenn ihr zurückgeht und da echt, weißt du, ihr habt noch 800 Gold auf der Bank oder so oder 400, kauft euch lieber noch ein Langschwert oder noch ein Doransblade, als dass ihr da wirklich ohne Items irgendwie zurückkommt. Und dann müsste eigentlich mal ein bisschen aggressiver reingehen, aber ist noch nicht so schlimm. Ist auch noch kein Kill gefallen, also alle noch sehr verhalten. Okay. Wow, den Heal dazu zünden war auf jeden Fall nicht gut. Leona macht einfach gar nichts. Das ist so krass. Die hört sich echt nichts. Also, wenn ihr solchen Champions spielt, als Tipp, für alle, die das hier sehen, spielt aggressiv. Weil, ihr bringt dem AD Carry gar nichts, wenn ihr nur hinten bleibt. Weil, das ist Käse. Dann geht lieber weg und reckt euch voller HP, als dass ihr hier echt sinnlos in der Gegend rumsteht. Weil, das bringt einfach nichts. Oh, die gehen weg. Oder? Ja. Ich kann mal pushen, ganz wichtig. Damit die so viele Minions wie möglich am Turm verliert. Oh, das hast du nicht schlecht gemacht. Die Nami. Was hat denn meine Leona? Die hat den Sidesome. Das ist nett. Ich kann mal pushen, ganz wichtig. Ich kann mal pushen, ganz wichtig. Ich kann mal pushen, ganz wichtig. Ich kann mich nicht mehr in der Gegend rumstehen. Ich kann mal pushen, ganz wichtig. So. so jetzt können wir gleich noch mal was versuchen hatte ich schon bild vor das habe ich mir schon fast gedacht heißt ein double hat noch ulti leona macht nichts leona du musst machen du darfst nicht nur umstehen das ist Käse was du hier machst ganz große Käse das ist einfach nur ganz großer Käse leona du machst mich schwach du machst mich echt schwach du kleiner Bub du ja das ist echt Käse weil die hat einfach die ganze Zeit nichts gemacht wir haben einfach die ganze Zeit gewartet und Vayne ab Level 6 ist halt echt übelst krass das ist echt bad hat Leona auf jeden Fall nicht gut gemacht ich habe trotzdem noch gefarmt aber das ist halt echt muss nicht sein also wenn man so einen aggressiven Support spielt dann müsst ihr auch echt rein gehen gerade mit Leona Level 2 sofort engage es ist immer ein Kill wenn die Leute nicht entweder Kill oder Flash das ist so so eine easy Mechanik eigentlich Leute das Problem an Lee Sin ist äh an Bows ist der ist halt echt so unmobil das Problem an Lee Sin ist äh an Bows ist der ist halt echt so unmobil hätte halt wirklich nur ich will eigentlich nicht auf den gehen der hatte DC also ich kill echt keinen der einfach so ein DC hat vor allem in einem Normal Game hat man ja auch gesehen dass der der in die DC hatte so arschig muss man dann doch nicht sein so ich habe mir jetzt Pickaxe auf jeden Fall geholt was hat denn die Leona da Leona Warden da Leona Warden da steht 4 4 eigentlich ganz gut da steht 4 4 eigentlich ganz gut guck mal die Leona die Ah Vayne ist die ganze Zeit alleine Leona macht einfach gar nichts also das ist so schlecht das ist echt richtig schlecht tut mir leid dass ich das sagen muss aber das ist wirklich so das ist einfach so eine einfache Mechanik dass Leona go macht da muss halt auch echt was machen da muss halt auch echt was machen wow ich bin echt gestorben gg hab ich nicht gedacht hab ich ein bisschen missplayed ja das ist ein bisschen bad ehrlich gesagt ich hab 0 2 ich krieg auch keine Kills das ist echt ein bisschen schade ja das ist echt also normalerweise ist das so eine easy lane Varus Leona ist eigentlich win instant weil du einfach so aggressiv spielen kannst du kannst einfach Level 2 sofort reingehen wenn die Nami nicht gerade in dem Moment Bubble hat das ist gg da ist die Vayne instant tot aber das Problem ist man muss dann halt auch echt was machen man darf halt echt nicht nur hinten stemmen nee kann ich den Blue haben aber auch doof von mir ich hätte auch einfach weggehen können das ist klar und hat die Vayne 90 Farms jetzt die Leona nimmt sich nicht mal ihre Stacks also Leona ich hab das Gefühl die ist irgendwie afk die Hälfte der Zeit Zyndra Bot what das ist das ist das ist so wie Hm. 200 Gold gestackt oder GG. Hat er ja schon gemacht. So easy kann das sein. Das muss ja auch nicht immer klappen, aber versuchen muss er. Geht auch Ulti, die hätte das mal. Alles egal, ich kann nirgends noch fahren. So, ich habe Blutdurster. Das ist sehr, sehr schön. Oh, der Baba. Ganz schön knapp für ihn. So und jetzt. Ich glaube die kommen da hin. Geht lieber weg ey. Lieber save oder. Ich habe echt gedacht die kommt da hin. Sorry. War ein bisschen mein Bild. Naja, der Bluber save habe ich jetzt auch gesehen. Was ist ein Blutdwein, was das ist anscheinend? Ich bin nochmal da hin. Für Räume und Namen sind wir. Dragon. WTF, ich habe auf einmal eine Vision verloren Wird ich den Namen noch erwischt haben? Viele Leute put Das Code should be him. wenn es bot last whisper ist am start das heißt ich mache jetzt richtig viel mal sehen schöner versuch trotzdem von leona ich weiß nicht ob mich die ob ich die main alleine zieht ich glaube schon ich glaube die würde mich echt kennen ok wir werden uns gefehlt ok wir werden uns gefehlt Nice, Alter. Geh du flash. So, ich geh Richtung Mitte. Oh, nice, Alter. Richtig nice. Oh, kacke. Das war meine Ulti ein wenig daneben. Da war meine Ulti ein wenig daneben. So, ich geh in Richtung. Oh, der Rit is gone. So, wie man die äußeren Türme nacheinander erledigen. So, jetzt kann man eigentlich auf Ding scannen. So, ich geh in Richtung. Ich kann nicht viel machen, ehrlich gesagt. Man sollte auch nicht zu lange an einer Position rumhängen. Man sollte dann versuchen, so schnell wie möglich immer weiter zu farmen. Gerade als AD ist einfach Farmen wichtig. Immer mal von Lane zu Lane gehen. Bot Lane ist Riesenfarm, oder? Das ist super nice. So, jetzt kann ich mir immer noch den Bot verholen. Oh, Barren mal gewartet. Das ist sehr schön. Ich hatte nie Vayne für einen Farm. 155. 155. Bin ich noch ein bisschen vor. Oh, warte mal. So, messen kann ich mich mit Vayne glaube ich trotzdem nicht. Ohne Mana. Man sollte das immer nie unterschätzen. Also das ist echt Vayne. Das ist ziemlich strong. Ja, das war natürlich ziemlich unlucky für sie. Fandom Lancer. Fandom Lancer solltet euch eigentlich auch bauen mit Varus, finde ich. Es gibt Champions, für die finde ich Static besser. Aber ich weiß nicht, Varus würde ich jetzt auch eher Fandom Lancer preffen. Alter, der Top Laner von den hat 80 Farmen. Ey, ich lache mich kaputt. Das ist ja richtig krass. 237, glaube ich. Ist auch nicht perfekt, aber naja. Hab am Anfang einige verpasst. Wir können eigentlich da mal hingehen. Barren Trine. Wir haben richtig viel Damage. Gerade auch Ari macht super viel Schaden. Unsere Waves sind alle gepusht Top und Mitte. Noch kein Smite. Noch kein Smite. Noch kein Smite. Aber noch ein Smite. Das ist sehr schwierig. Aber noch ein Smite. Schau. Okay. Nice! alles klar leute gut das war war am anfang nicht so gut aber wie gesagt als tipp wenn ihr leona spielt müsste immer reingehen denn ja das war am anfang nicht so nice und aber ich habe auch einige fehler gemacht und da würde ich sagen schreibt mir in die kommentare ob ihr schon mal war uns gespielt und vor allen dingen ob ihr ihn auch momentan in der momentan meter noch aktiv spielt und da würde ich sagen sie uns beim nächsten hau da rein